Also, alles wieder auf Null und Dynamo kam noch mal. 45. Minute über Rockenbach. Schlecht geklärt, Schünemann mit ganz viel Gefühl und Srebbeni nimmt ab. 1-0 Dynamo. Durch den Goalgetter, 12 Tore in der Liga und hier der Dritte im Pokal für den Mann, der die Jugendabteilung von TB und Hertha-Zehendorf durchlief und über Hansa Rostock zum BFC Dynamo kam. Kroatia eiskalt erwischt.